Vor allem bei der Endmontage zeigten sich die altbekannten Fabrikationsmängel. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Was nicht passt, wird passend gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht.